Der hat 2,5 Kilo Gesamtgewicht, 1,60 Meter Spannweite, 1,60 Meter, 1,60 Meter, 1,60 Meter Polar. Und das ist jetzt der 27. Überblick, Auslass. Seit dem 27. Auslass, das sind ja so und so viele Arbeiten. Der ist ja auch nützwerter. Oder der ist ja auch. Kurz wollte ich vom Gerhard fahren. Der ist wahrscheinlich gefördert, es sind 5 Stuhlfedern. Also, es ist der Flügel verkürzt. Der ist natürlich nicht so. Ich hab mal gefunden, ob man heute einen Schwarzstock gemeldet hat. Da hat er gefragt, ob er es im Gerhard. Ja, ja, den geht es gut. Ja, ich würde sagen, den bleibt ihr alle auf dem Auslöser. Das ist ein Richtig, oder? Da ist ein Flügel, oder? So. Jetzt gehen wir zur Autobahn. Jetzt gehen wir zur Autobahn, oder? So. Jetzt gehen wir zur Autobahn. So. 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 So.